Neue Einheiten freigestaltet, hier ist 24, jo. Ah, guck mal, da sieht man die Belohnungen. Hm, hm. Wie viel habe ich denn? Sechs Kampfpunkte. Das Ding ist dann jetzt weg. Oh. La vez noch sieben. Ah, sieh, gut aus, Jörgau. Starker Treffer von Kerl! Easy. Kerl kürzt es! Zeigt am Ende seine Überlegenheit! Ein Priorit-Klumpen. Oh nein! Mein Highscore! Du glaubst also, du kannst es mit dem alten Grease aufnehmen? Drei Wellen. 16 Punkte. Machen wir mal den da hin. Deine Strategie scheint nicht angemessen gewesen zu sein. What? Die Viecher sind ja vollkommen busted. Oh, easy, komm! Lass die Schlacht beginnen! Einige kluge Techniken von Kerl bringen ihn in die nächste Runde! Richtig kluge Taktiken. Hm. Daahhhhhh. Vorrücken. Und runter vom Spielfeld. Ausgezeichnetes Spiel von Kerstes. Die Viecher sind ja komplett Bastard. Oh, ich habe eine dritte Runde noch. F. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Ähm. Dann machen wir es einfach ganz einfach. So. Und vorbei. Oh, er hatte nie eine Chance. Eine grandiose Darbietung. Facken OP, die Vögel. Hä? Was? Moment, Moment. Warum erhöhen wir nicht den Einsatz ein wenig? Das wird ein wahrer Wettstreit zweier Gehirne. Ja. Wettstreit zweier Gehirneversuch. So. So. Holo-Taktik. Das nenne ich einen Holo-Kill. Ausgelöscht. Diese Einheit ist erledigt. Hm. Okay. Kann man mit dieser Runde nicht zufrieden sein? Ich habe diesen Sieg vorher gesehen. Das wird ein wahrer Wettstreit zweier Gehirne. Also gegen Willis OP, gegen Fankämpfer nicht so. Gucken wir mal, was passiert. Das ist ein Punkt für Cal. Ich habe diesen Sieg vorher gesehen. Das wird ein wahrer Wettstreit zweier Gehirne. Wie wird es das? Ja? Los! Und Cal schaltet einen aus! Und runter vom Spielfeld! Gut gemacht. Deine Strategie hat sich als überlegen erwiesen. Mhm. Richtig überlegen, Alter. Vorrücken! Ausgelöscht! Damit ist Cal bestimmt zufrieden! Unser junger Teilnehmer hat einen Lau! Starker Treffer von Cal! Modi – so hoch! Cal gut in dieser Runde den Sieg! oh mein gott ist das fünf gegner ob sie schnell genug sind diese einheit ist erledigt unser junger teilnehmer hat einen lauf grandios wird seine siegesserie weitergehen wo haben wir denn da hinten die 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 der schild und und das war knapp Hey, Kestis muss jetzt gründlich über sein Vorgehen nachdenken. Ich würde ja sagen, das war ein netter Versuch. Aber warum sollte ich? Netter Versuch, Teufelskerl. Aber nicht heute. Wird ich jetzt nass machen, Junge? Guck mal, ob das reicht. Diese Einheit ist erledigt. Das nenne ich einen Holo-Kell. Oh, er hatte nie eine Chance. Nee, war Bad Luck wegen... Ich würde ja sagen, das war ein netter Versuch. Aber warum sollte ich? Netter Versuch, Teufelskerl. Aber nicht heute. Ah, die da hinten sind so blöd. Vorrücken! Das ist ein Punkt für Kerl! Oh, er hatte nie eine Chance! Ich würde ja sagen, das war ein netter Versuch. Aber warum sollte ich? Netter Versuch, Teufelskerl. Aber nicht heute. Ja, mal gucken. Diese Raketen sind gefährlich! Die zwei da hinten, die gehen mir so auf den Piss. Die machen richtig Damage. Vorrücken! Diese Einheit ist erledigt! Und runter vom Spielfeld! Die treffen mich mal! Oh, er hatte nie eine Chance! Ich würde ja sagen, das war ein netter Versuch. Aber warum sollte ich? Ja, weil meine... Der Versuch, Teufelskerl. Aber nicht heute. Ich stummtruppler treffen ja mal gar nicht. Ja, die brauchen natürlich länger. Die Teufelskerl sind gefallen, fürchte ich. Ich würde ja sagen, das war ein netter Versuch. Aber warum sollte ich? Netter Versuch, Teufelskerl. Aber nicht heute. Anfangen! Und runter vom Spielfeld! Oh, mach's gut, leb wohl Und Kerl behält die Oberhand, er rückt weiter Und Kerl behält die Oberhand, er rückt weiter Unser junger Teilnehmer hat einen Lau! Das ist eine Show Die Frontline und die Backline Schieß doch! Das Glück ist eine launische Herren Ich würde ja sagen, das war ein netter Versuch Aber warum sollte ich? Netter Versuch, Teufelskerl, aber nicht heute Oh, mach's gut, leb wohl Boah, geil, die haben recht viele Sätze eingebaut Oh, ich hatte nie eine Chance! Ausgelöscht! Ausgelöscht! Und vorbei! Die treffen mich Das war hart, Kerl! Sehr hart! Ich würde ja sagen, das war ein netter Versuch Aber warum sollte ich? Netter Versuch, Teufelskerl Aber nicht heute Los! Diese Einheit ist erledigt! Und runter vom Spielfeld! Und meisterlich gespielt! Mhm Lass die Schlacht beginnen! Das nenne ich einen Holokill! Kerl verliert die Runde! Was? Was? Ich würde ja sagen, das war ein netter Versuch Aber warum sollte ich? Netter Versuch, Teufelskerl Aber nicht heute Gut, hier habe ich ja jetzt die passende Taktik So Polo Taktik Starker Treffer von Klau Und runter vom Spielfeld Komm Diese Einheit ist erledigt! Die Runde geht am Kerl Custis! Anfangen! Das nenne ich einen Holokill! Oh! Mach's gut, lebe wohl! Eine unerfreuliche Niederlage Ich würde ja sagen, das war ein netter Versuch Aber warum sollte ich? Netter Versuch, Teufelskerl Aber nicht heute Vorrücken Ausgelascht Ich finde lustig, dass ich das Was er jetzt plötzlich rechtslang gelaufen ist Ich würde ja sagen, das war ein netter Versuch Aber warum sollte ich? Netter Versuch, Teufelskerl Aber nicht heute km.... Diese Einheit ist erledigt! Das nenne ich einen Holokill! Oh! Mach's gut, lebe wohl! das glück ist dir heute überlebt er einfach noch ja meisterlich gespielt mit 33 über so nämlich der sitzt da einfach in der luft war der mail für dingens fernkampf guck mal ob das rechtzeitig ankommt dann sollte der reichen ja genau mega es ist unklug sich c gegen flosse mit scuba zu messen da da er hat einfach keine chance die einheit da ist kompletter schmutz ich glaube ich sehe wenn ich jetzt hier so das ist ein die leistung in der nächsten runde zu wiederholen los Jawohl. BAM! Oh! Na, Kampf! Komm! Ja! Wuhuu! Bester Mann! Bester Mann! Duruidika! Duruidika! Sie verschießt Raketen! Tankläufer feuert mit voller Kraft! Diese Einheit ist erledigt! Oh, ist ein Jammer! Oho, der geht an Scuba's death! The fuck, Bro? Es ist unklug, sich zu gegen Flosse mit Scuba zu messen! ITS ist ja einfach kompletter Schmutz für die Punktzahl! Reicht vielleicht einer? Weitert so! Okay, einen hab ich! Du lebt wohl! Ausgelassen! Das nenn ich einen Holo-Kill! Boah! In Treffen, Alter! Oho, der geht an Scuba's death! Da sind die Miniguns auf jeden Fall gut drin! In Treffen! Ach, Quatsch! Es ist unklug, sich zu gegen Flosse mit Scuba zu messen! Oh, Mann! Polo-Taktik! Damit ist Kerlbestimmt zufrieden! Oh, mach's gut! Leb wohl! Und runter vom Spielfeld! Oh, die treffen gut! Einige kluge Techniken von Kerl bringen ihn in die nächste Runde! Und runter vom Spielfeld! Na, schnell die Karrer, der geht los. Und nach oben! Ja, schnell die Karrer! Ich fühle dich! Ich fühle dich! meiner verliert meiner verliert gegen einzelne kompletter trash aber die taktik ist gut einer 2 plötzlich sieht anders aus es ist random du kannst mit derselben taktik einfach gewinnen oder verlieren es ist immer wieder ein neues erlebnis als bis wir gewinnen leute du verlierst du verlierst er verliert dann machen wir es doch vielleicht so rum ein davon das nenne ich einen holo weil die auch immer gleich funktioniert ich ziehe gegen flosse mit scuba zu messen es ist so random es ist so random was sie machen du kannst gar nicht damit arbeiten weil die ja nicht immer gleich agieren ich ziehe gegen flosse mit scuba zu messen den brauchen wir so wir nehmen ein red kampfsoldat und ein schild typen zwei normale wo hat der hier wort der der stärker bei 10 geschossen die range ist einfach minus sieben oder was ja er kommt nicht ran okay weil weil die leichen da lagen ist die rakete nicht rüber gekommen mal gucken ob wir nicht einfach so machen können das nenne ich einen holo ausgezeichnete spiel von kerstes die runde geht an kaste naja das ist die wir werden mal gucken ob das reicht da war jolo das ist das das ist das eine unerfreuliche niederlage weil es ihn direkt erwischt hat weil manchmal klappt es manchmal klappt es nicht vielleicht nehme ich einfach die mit rein ich glaube ich mache das doch wieder rein die sache zu skippen wieso wo schießt er eigentlich hin range von minus 7 einfach weil die rakete einfach in der luft explodiert und die gegner können über die ganze map schießen anfangen das nenne ich einen holen nein damit ist karl bestimmt zufrieden meisterlich gespielt ja vorbei oh er hatte nie eine chance diese einheit ist erledigt ja siegesserie weitergehen das nenne ich einen holen ja 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 ich bin mal gespannt weil der war ja gerade immun gegen alles ja tatsache der fucking skorpion ist immun gegen blaster was für eine bemerkenswerte sequenz ich musste gegen den strom schwimmen lull durch holung praktik werde ich mein verständnis verbessern ja was haste Brauchte ich nicht mal. Oh, so knapp. Ja. Ja. Er ist übel stark dagegen. Zwei von zwei. Sehr gut. Wird seine Siegesserie weitergehen? Ja. 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 Wodurch ist er denn jetzt gestorben? Wodurch ist er denn jetzt gestorben? Oh, ich habe gewarnt. Das ist gut. Durch Ruhr und Taktik werde ich mein Verständnis verbessern. Fucking Scam. Waffe explodiert oder was? Was ist das überhaupt für einen Scheiß-Grafikfehler da? Ja. Und eine Bombe in der Mitte. Lass die Schlacht beginnen! Puh, dieser Geilenschlug meines Erd! Grandios! Wird seine Siegesserie weitergehen? Ich bin mal gespannt eigentlich. So. Ähm. So. Dann muss ja einer noch hinten durchkommen. Los! Starker Treffer von Klaus! Ja, so. Und vorbei! Ja, er ist immun dagegen. Da brauchen wir dann nachkämpfen. Deine Strategie scheint nicht angemessen gewesen zu sein. Oh, ich habe gewarnt. Das ist gut. Durch Holotaktik werde ich mein Verständnis verbessern. Vielleicht bräuchte ich dann da einen Explosion-Boy. Oh, mach's gut, mach's gut, leb wohl! Grandios! Wird seine Siegesserie weitergehen? Ja gut, die ersten Runden sind ja predictable. Und zwar übel. Und zwar übel. Und Curl behält die Oberhand. Er rückt weiter. So. Was ist, wenn wir das einfach so machen? Und ihn... und ihn hierhin packen. Ausgelöscht! Ausgelöscht! Oh, er hatte nie eine Chance! Curl verliert diese Runde! Was jetzt? Oh, ich habe gewarnt. Das ist gut. Durch Holotaktik werde ich mein Verständnis verbessern. Vielleicht müsste ich da ein bisschen mehr investieren. Aber er weiß, was in der letzten Runde passiert. Und runter vom Spielfeld! Aber die letzte Welle ist wahrscheinlich noch schlimmer. Die hat sich als überlegen erwiesen. Mhm, I know. Fodontaktik! Oh, mach's gut! Leben wohl! Ja, sehr gut. 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 diese einheit ist der lady okay das ist eine übelst tasse runde also die ersten zwei sind ja easy das ist eine übelst das ist eine übelst das ist eine übelst probieren wir jetzt noch einmal aus und dann holen wir uns einfach neue leuderern let's go bro und vorbei ausgezeichnetes spiel von kerstes das ist ein punkt für kerl da reicht ja schon fast einer ja Oh, mach's gut, leb wohl. Diese Einheit ist erledigt. Oh, er hatte nie eine Chance. Oh. Vielleicht ist eine neue Taktik erfordern. Aber ich hab jetzt eine für die... für die dritte Runde. Vielleicht baue ich nicht zwei, sondern reicht einer. Kann ich mir mehr aufsparen. Lass die Schlacht beginnen! Und vorbei! So doof. Kerle versuchen, diese Leistung in der nächsten Runde zu wiederholen. Vorrücken! Ausgelassen! Ich drück automatisch mal... ...die Kamera weg. ...wunderlich gespielt. Ja. Wir können ja jetzt mal hier... ...einen davon... ...so. ...joh. Yo. Oh, mach's gut, leb wohl. Keine starke Runde für Kerl. Jawohl, jetzt machen wir hier... ...bam, Junge! Los! Skiton! Skiton! Und vorbei! Es sieht gut aus für Kerl! Ja, keine Chance. Ja, dat ist die Kombo. Das nenne ich einen Holokill! Jawohl, Alter! Wir haben einen Sieger! Spektakulär gespielt von Kerl! Ich werde die Kampfbahnen überprüfen oder auswärmen. Hoffentlich! Wir haben alle. Zwei fehlen noch. Deine Truppen vergrößern, ja. Ich frage mich, ob du draußen noch andere findest, die du herausfordern kannst. Ja, bin ich auch mal gespannt. Schön, euch zu sehen, junger Jedi! So, wie sieht unser... ...unser Ship aus? Oh! Das ist ermutigend. Ich wette, wir können noch mehr pflanzen. Echt? Scheint aber irgendwie nicht weiterzugehen. Hm. Ich würde einfach mal gucken. ... ... ... ... ... Vielen Dank.